Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu diesem Infovideo am Montag, den 15. September 2014. Ich möchte euch recht herzlich einladen, aufgrund der letzten positiven Resonanz des Samstag-Livestreams, den ich ab 19 Uhr begonnen habe, möchte ich euch einladen zu einem weiteren Livestream, und zwar an diesem Samstag auf Twitch, wie immer auf Libby.tv. Auch wieder um 19 Uhr zeige ich euch wieder 10 bis 12 Stunden Omsi 2. Natürlich auch wieder mit Wunschideen von euch, also im Chat könnt ihr dann schreiben, was ihr gerne sehen möchtet. Ich möchte euch herzlich einladen, als erstes werde ich Römerberg fahren, weil das letztens viel gewünscht wurde. Gletscherexpress im Winter mit einem Gelenk hoch und zurück, dann nach Blaureuth runter. Römerberg wird auf jeden Fall gefahren, dann versuche ich die Spandau-Modern-MZ-Karte zum Laufen zu kriegen, weil da kriege ich irgendwie komischerweise eine Zugesverletzung. Ich schaue da nochmal nach. Dann auf jeden Fall wird auf jeden Fall zu 100% Allheimen vor 3 wieder gefahren. Linien könnt ihr euch wieder aussehen. Boden hemmen, wer möchte, auch immer gerne gesehen, ist auch kein Problem zu fahren. Was könnte ich hier noch nehmen? Stettin könnte ich auch mal wieder nehmen, könnt ihr euch auch wünschen. Also ich zeige euch mal hier die ganzen Karten, die ich hier habe. Und da könnt ihr natürlich auch dann im Chat entscheiden, was ihr gerne sehen möchtet. Sittingen ist auch dabei, muss ich mich nur die aktuelle herunterladen. Genau. Felbert 2.3 ist auch dabei. Genau. Wankendorf auch wieder mit am Start, wie gehabt. Busse könnt ihr euch natürlich auch auswählen. Der Solaris von CNB ist ja jetzt in der finalen Version rausgekommen, die letzte Version. Den werde ich auch im Livestream fahren. Also mal ein Solaris. Natürlich wird der UL nicht fehlen, der Citaro G und Solo werden auch nicht fehlen. Eco, Fresh, Ecolife, ZF, alles mit dabei. Genau. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich alle an diesem Samstag dabei seid. Damit die Zuschauerzahlen wieder in Richtung 100 gehen. Das würde mich natürlich mal wieder richtig freuen. Ich fand das auch sehr schön, sogar um halb 5, dass noch 15 Leute zugeguckt haben. Nur um 5 war ich so kaputt, da habe ich den Livestream auch zu Ende gemacht. Das hat auch gereicht. Also freue ich mich auf Samstag. Diesen Samstag, den 20. September um 19 Uhr auf Twitch. Ich freue mich auf euch und sage nochmal Danke für die letzte positive Resonanz des Livestreams. Also bis Samstag, Leute. Haut da rein. Tschüss. Ihr könnt natürlich auch schon unter diesem Video in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen möchtet und so. Aber der Chat ist natürlich auch wieder frei für euch. Steht natürlich frei wieder für euch zur Verfügung. Alles klar. Mit dabei wird natürlich, wenn es klappt, Fabian LP. Und natürlich, wenn er es schafft, natürlich auch wieder der Benjamin, der letztens auch wieder mit dabei war. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Genau. Also Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Let's Play oder zum Livestream. Let's Play werden auf jeden Fall auch diese Woche auch wieder ein bis zwei, drei Folgen auf YouTube zu sehen sein. Und natürlich der Livestream am Samstag. Also, tschüss. Euer Philipp Let's Plays. Und natürlich der Livestream am Samstag.